König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Rast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um endlich mit dem dunklen Turm weiterzumachen. Und deswegen haben wir uns heute Glas vorgenommen. Und dazu haben wir nicht nur wie immer den wundervollen Flo dabei. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Und unsere Lieblingsgeisel, den wunderbaren Hendrion. Hallo Hendrion. Ja, wir sind endlich wieder im Turm. Wie war denn so euer Gefühl vorher und jetzt nach dem Lesen? Also habt ihr euch auf die Folge gefreut? Hat es euch davor gegruselt? Ich habe was ganz anderes bekommen, als ich erwartet habe. Weil ich dachte, okay, die Geschichte geht weiter, wie das Kathed seinen Weg geht. Geht es ja auch, aber nicht annähernd so weit, wie ich dachte. Sondern halt ist ja hauptsächlich die Rückschau auf Rolands Jugend. Ja, macht dir da nichts draus. Ich habe das Buch jetzt zum vierten, fünften, sechsten Mal gehört, gelesen. Selbst ich hatte es anders erwartet. Also ich hatte auch mehr Geschichte erwartet. Aber eigentlich haben wir hier ja zwei Bücher in einem. Wie ich das finde, da kommen wir dann später drauf. Mhm, okay. Hendrion, für dich ist ja das mit dem Turm noch so ein bisschen lückenhaft, ne? Oder hast du mittlerweile alle gelesen? Genau. Okay. Wie war dann... Nein, habe ich nicht. Nein? Also, naja, die, die wir bis jetzt beredet haben. Kannst du mir die Frage nochmal stellen? Die Bücher, zumindest vom Turm, über die wir schon gesprochen haben, hast du alle gelesen? Ähm, ich glaube nicht, nein. Schwarz, Tod, 3 und Glas, genau. Nur Tod, glaube ich. Okay. Ähm, naja, gut, dann kannst du vielleicht... Also, und Glas jetzt, ja. Genau, naja, dann kannst du vielleicht ein kleines bisschen unvoreingenommener angehen. Wie hat es dir denn gefallen? Und was hattest du erwartet? Sagen wir es mal so. Ähm, ich hatte was anderes erwartet, völlig. Vor allem nach dem Ende von Tod. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte mir viel mehr Spaß mit Zügen erhofft. Oder nicht erhofft, aber erwartet. Ähm, ich war trotzdem sehr, sehr positiv überrascht. Was ich da bekommen habe, hat mir sehr... Hat mir anfangs sehr gut gefallen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto seltsamer finde ich es. Okay. Und es ist nicht unbedingt das Gute seltsame, meinst du? Äh, genau, genau. Mhm, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die Sache rein. Und ja, Froh, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns, oder? Ja, ähm, wir fangen an im Jahr 1992, als Tod rauskam. Und da hat King, äh, sich ja entschuldigt in seinem Nachwort, dass er das Buch mit einem Cliffhanger beendet hat und hat versprochen, der Teil 4, der folgt in nicht allzu ferner Zukunft. Ja, mittlerweile haben wir 1997 und er hat gelogen. Ähm, nicht ganz, also es ist schon ein bisschen vorher erschienen, denn als Desperation und Regulatur ursprünglich rauskamen, sind ja beide Bücher an einem Tag erschienen. Und es gab, äh, ein Set, das diese Bücher mit einem Nachtlicht veröffentlicht hat, weil sie einen die ganze Nacht wachhalten. Äh, ja, da haben wir ja schon drüber geredet. Mhm. Wahrscheinlich, weil man, äh, kurz und über dem Klo hängt und nicht, weil sie so spannend sind. Und als dieses Nachtlicht ausverkauft war, äh, hat King entschieden, oder der Verlag hat entschieden, ja, wir legen ein kleines Heftchen bei mit den ersten beiden Kapiteln aufs Glas. Ähm, daraufhin haben sich sehr viele Fans beschwert, wie, nur zwei Kapitel, wir wollen mehr. Ja, äh, es gab wohl sehr viele böse Briefe von Leuten, die die Fortsetzung haben wollten. Ähm, er schreibt zum Beispiel, in einem der Briefe steckte ein Polaroid-Foto von einem Teddybären in Ketten. Mit der Mitteilung, veröffentliche das nächste Buch der Turmreihe sofort, oder der Bär stirbt. Also, die Fans waren bekloppt. Ja, und vor allem das Schöne war, äh, er, er bezieht sich, glaube ich, auf diese Situation in einem Vorwort zu einem anderen Buch. Ich weiß nicht mehr zu welchem genau. Und, ähm, er meinte wohl, das war tatsächlich einer der erfolgreicheren Erpressungsversuche. Weil eben den Leuten bewusst ist, was die Wesen in seiner Fantasie für irgendwie eine Bedeutung haben. Ja, äh, es ist eine Geschichte, die er, glaube ich, öfter schon erzählt hat. Aber im Jahr 1996, dann, ähm, hat er sich Susan Deans Worte aus Tod zu Herzen genommen. Nämlich, es ist nicht leicht anzufangen. Und hat angefangen. Er hat in einem AOL-Chat damals den Teilnehmern erzählt, dass er jetzt im kommenden Sommer klarschreiben würde. Und dass er schon viel von dem weiß, was geschieht. Und dass es, er nur noch seinen Mut zusammennehmen muss, um anzufangen. Und, äh, nachdem er dann die Arbeiten an der Shining-Fernsehserie, also dieser Miniserie, beendet hat, hat er in einem Motelzimmer auf der Reise in Colorado Textmarker und Post-its zur Hand genommen. Und die ersten drei Bücher. Und hat angefangen, das Ganze durchzuarbeiten. Und hat einen Entwurf geschrieben, der mehr als 1400 Seiten lang war. Und das Ganze hat er dann überarbeitet. Und es ist 1997 dann endlich rausgekommen. Glass. Oder im Original Wizard and Glass. Das Buch war echt heiß begehrt. Es, ähm, gab zum Beispiel einen Buchladen in Bangor, der sich so auf Stephen-King-Editionen spezialisiert hat. Die haben extra einen Lastwagen, äh, zum Lagerhaus des Verlegers geschickt, damit die Auslieferung beschleunigt wird. Ähm, Problem war nur, das Transportunternehmen hat, ein Drittel der Schutzumschläge der signierten Deluxe-Editionen verloren oder beschädigt. Und hat damit die Veröffentlichung nochmal rausgezögert. Ja. Ja. Aber dann erschien es endlich. Und die Fans konnten sich endlich, äh, wieder dieser Saga widmen. Und die Reise zum Turm ging weiter. Ähm, dass die Reise nur ein kleines Stückchen weiter geht, darüber reden wir jetzt. Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es denn in dem Buch geht. Ja. Äh, Klaas gliedert sich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in zwei Teile. Zum einen die Rahmenhandlung unseres Katheds und eine Geschichte aus Rollins Jugend, die der den anderen in der Pause erzählt. In der Rahmenhandlung gewinnen unsere Helden den Rätselwettbewerb gegen Plane nicht durch unlösbare Rätsel, sondern dadurch, dass Eddie ihn mit, ja, Nonsens-Rätseln in den Wahnsinn treibt und Planes Schaltkreise durchbrennen. Und, ja, mit so einem letzten Schwung kommt die quasi im Wahn von Topeka an. Äh, es kommt zu einem kleinen Crash bei der Einfahrt, aber sie kommen eigentlich ganz glücklich davon. Aber außer ihnen scheint niemand da zu sein, was diese Zeitung entnehmen will, der, äh, Supergrippe Captain Trips, die wir schon aus The Stand kennen, äh, zu verdanken ist. Da finden sie auch einen neuen Rollstuhl für Susanna und sie ziehen weiter. Und bei einer Rast schiebt Roland dann seine Geschichte ein. Äh, nach seiner bestandenen Mannbarkeitsprüfung wird Roland zusammen mit seinen Freunden Cuthbert und Elaine nach Magis geschickt, um vor dem Zauberer Marten geschützt zu sein. Äh, dort entdecken die drei dann eine Verschwörung des guten Mannes, dessen Namen ich gerade vergessen habe. John Hasen. Danke. Äh, und Roland entdeckt zusätzlich die Freuden der Liebe. Äh, es gelingt den dreien dann auch die Verschwörung aufzuhalten, äh, aber Romans Freundin, äh, Susan wird gelünscht, während sie mit seinem Kind schwanger ist. Äh, die erbeuten da auch die rosa Kugel, wird's genannt, das ist ja so eine Glaskugel, die Dinge offenbart. Die Pammelmuse? Ist das die Pammelmuse? Mhm. Okay. Äh, allerdings macht die auch, äh, irgendwie süchtig oder die Benutzung danach. Und ja, wieder in der Rahmenhandlung trifft das Kathed auf ein gläsernes Schloss, äh, das an den Zauberer von Oz erinnert. Äh, und darin treffen sie dann auf den Tick-Tack-Mann, den wir schon aus Loot kennen, und auf Martin, der sich jetzt aber Randall Fleck nennt. Äh, der entkommt ganz knapp, ähm, nee, der entkommt ganz knapp Roland's Schüssen, verliert dabei jedoch, äh, die rosa Glaskugel, die er aus irgendeinem Grund dabei hat. Und da gucken alle dann rein, und die offenbart, dass Roland unter, ja, dem Einfluss dieser Kugel wohl seine Mutter nach der Rückkehr in Gilead, äh, getötet hat, weil er angenommen hat, dass die unter dem Einfluss von Martin noch stand und seinen Vater töten wollte. Äh, die Kugel fordert sie dann auf, ihre Suche abzubrechen, die, äh, sagen, nö, machen wir nicht, die Kugel explodiert, und die finden sich dann, äh, kilometerweit vom Schloss entfernt wieder, mit gefüllten Proviant-Rücksäcken und wieder auf dem Pfad des Balkens. Und im Groben und Ganzen war's das. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Immer gerne. Ja, ähm, ich muss sagen, ich hab mich ja jetzt in der Einschätzung am Anfang ein bisschen zurückgehalten. Und ich muss sagen, ich hab ein bisschen Grausen gehabt vor diesem Buch, beziehungsweise vor dieser Folge, weil Glas für mich ein unglaublich zwiegespaltenes Buch ist, bei dem ich nicht weiß, ob ich's liebe oder hasse. Das liegt daran, denke ich, dass es so ein schizophrenes Buch ist, weil King, und ich glaube, Jonas, du hattest das in der Audio-Ausgabe im Vorwort? Ja, ich glaub, Nachwort war's. Oder Nachwort, genau, dass das eben quasi diese, diese ganze Jugendszene bis zu dieser Mernbarkeitsprüfung, dass die schon eben vor 30 Jahren fertig war und alles, was als Rückblick dann geschrieben wurde, 30 Jahre später geschrieben worden ist. Und dann halt tatsächlich eben King als erwachsener Mann natürlich Schwierigkeiten hat, so diese, diese Freuden jugendlicher Liebe noch auszudrücken mit 40 oder was er ist. Ähm, und ich glaube, das merkt man dem Buch auch echt an. Jetzt ist die Frage, wenn ihr's bewerten müsstet, welcher Teil gefällt euch denn besser? Die tatsächliche Reise von unserem Cuthead oder der Rückblick? Also mir eindeutig der Rückblick, weil in einem anderen passiert halt nicht wirklich viel. Mhm, okay. Ja, würde ich genauso sehen. Ähm, ich find den, den Rückblick auch dahingehend schön, was du eben sagtest mit von wegen, er kann diese jugendliche Liebe nicht, nicht rüberbringen. Ähm, ich fand, das kam recht gut rüber in diesem, in diesem Mittelteil. Äh, äh, und hat für mich so das, das Bild kreiert, dass Roland, äh, schon immer ein alter Mann war. Mhm. Und das fand ich sehr hübsch. Ja, okay, ja, bloß kann ich nachvollziehen. Flo? Es ist gar nicht so einfach, darauf zu antworten, denn für mich sind das zwei verschiedene Bücher. Ich find die Geschichte im Mittelteil wirklich nicht schlecht. Und, äh, wenn ich die Geschichten vergleiche, ist die auch die bessere von den beiden, weil, wie schon gesagt, es passiert halt in der Rahmenhandlung nicht wirklich viel. Ähm, tatsächlich würde ich mir aber wünschen, dass die Rahmenhandlung besser und mehr wäre. Oder, oder, oder mehr wäre, dann wäre sie wahrscheinlich besser. So rum, meine ich es. Hm, sehe ich tatsächlich ein ganz kleines bisschen anders. Ich mag das eigentlich auch sehr, den, 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 den Erzählteil, den Mittelteil, den Rückblick. Aber ich muss sagen, ich fand an sich das Ganze gut balanciert. Aber für mich könnte dieser ganze Rückblick deutlich kürzer sein. Dann würde es mich auch nicht stören, wenn der eigentliche Rahmenhandlungsteil so kurz ist. Ja. Ich glaub, das ist auch das Problem, das ich damit habe. Es nimmt zu viel Platz ein. Man will eigentlich die Reise weiterlesen. Und dann hat man halt diese ewig lange Jugenderzählung, die, wie gesagt, nicht schlecht ist. Aber sie bringt einem halt nicht viel, weil sie so unabhängig davon ist. Und ich hab halt, wenn ich mit jemandem über dieses Buch geredet habe, in Vorarbeit, zum Beispiel mit dem Hendrian, hab ich dieses Buch immer beschrieben als rosa, munde Pilcher mit Pferdchen. Und ich stehe zu diesen Worten. Wie schätzt ihr das ein? Ich kenne rosa, munde Pilcher nicht wirklich, deswegen vielleicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich Pilcher sagen würde, aber ich weiß, was du meinst. Und, äh, ja, ich würde sagen, Seifenoper. Ja, okay. Ja. Mittelalter, Seifenoper, Western und, äh, ja. Wie wollen wir das machen? Wollen wir durch die Story gehen oder wollen wir über die Charaktere erstmal eingegangen reden? Weil wir lernen ja tatsächlich ein paar neue Leute kennen. Ja, ich würde sagen, wir besprechen erstmal wirklich den Mittelteil und da können wir jetzt auf die Charaktere eingehen. Mhm. Weil die, der Rahmenhandlung, die kennen wir ja schon. Ja, okay. Wobei das sowieso einigermaßen verschwimmt, weil wir hier auch wieder eine Twinner-Thematik drin haben. Äh, dann würde ich sagen, wie findet ihr denn den jungen Roland? Äh, Hendrian, du hast gerade schon gesagt, du hast das Gefühl, Roland war schon damals ein alter Mann. Und ich würde dieser Einschätzung tatsächlich zustimmen, ja. Also, mir ging ja unglaublich auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, mir geht auch schon der Erwachsene Roland ziemlich auf den Keks, aber er ist putzig und irgendwie niedlich, aber Gott ist der Typ anstrengend und naiv. Ja, gut, naiv. Wieso naiv? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Naja, ich meine, diese ganze, der bummst die Alte an und so weiter und so fort. Und, naja gut, es ist halt die Unverwundbarkeit der Jugend wahrscheinlich und so. Aber, das passt für mich so überhaupt nicht zusammen. Also, für mich, wenn du, wenn, wie du sagst, Roland eigentlich in seinem Herzen schon immer ein alter Mann war. Und er hat ja diese, diese Mannbarkeitsprüfung und so weiter, das alles hinter sich. Und er weiß, dass die Welt nicht mehr aus rosa Einhörnern besteht und Scheiß. Und dass er dann auf dieses ganzen Liebesbullshit und Zeug so ansprengt, wie er es tut. Das finde ich anstrengend. Ja, aber er trägt doch da quasi einen Konflikt in sich. Nämlich genau das, er ist, er ist der Geist eines alten Mannes, gefangen im Körper eines jungen Mannes. Und das kollidiert eben. Ich denke, er kann gar nicht anders als Dinge zu tun, die man mit einem jugendlichen Körper gerne tut. Das klang falsch. Aber er weiß ja trotzdem, dass es nicht gut enden wird vom Verstand her. Aber eben die Emotionen, die er vielleicht da noch hat als junger Mensch, ballern da eben voll gegen. Würde ich tatsächlich gar nicht so sehen. Für mich wird er in dem Moment wieder er, als er sich mit Kuttgart streitet und der ihn mehr oder weniger fast umbringt. Und ihm vor die Füße knallt, dass er ein pflichtvergessenes Rindvieh ist und sich doof anstellt. Dann wacht er auf. Aber ich glaube nicht, dass er von selber aus diesem Taume rausgekommen wäre. Gut. Ja, wie gesagt, wie steht ihr denn allgemein sonst so zum jungen Roland? Ähm, ich meine, verliebt und dumm und jung waren wir alle irgendwann mal. Vielleicht bin ich auch nur der Einzige, der da so unknädig ist. Ich tippe, also aus meiner Sicht ja. Du bist zu unknädig, weil er ist halt jung und dumm. Das kann man ihm auch zum Vorwurf machen. Aber, ja, ändern tut das nichts, weil ich glaube, er hätte nicht anders sein können. Mhm. Das denke ich auch. Also, er hatte eigentlich keine Wahl, sich anders zu verhalten. Vielleicht, weil es sein Schicksal ist. Vielleicht, weil die Geschichte es nicht anders zulässt. Äh, aber ich glaube, das hängt in seiner Persönlichkeit mit drin. Er ist zwar dieser alte Mann, der immer sein wird. Aber, gehen wir zu, jeder alte Mann denkt auch, oh, ficken. Also, ja. Ich kann es schon verstehen. Ich finde ihn sehr unsympathisch. Aber, ich glaube, das hatten wir auch schon. Ich finde ihn auch sonst jetzt, äh, nicht so super sympathisch. Aber, ähm, er stört mich jetzt auch nicht weiter, also. Nee, das stört hat er mich auch nicht. Ihr habt ja nur gefragt, warum ich ihn als naiv bezeichne. Ja, naiv bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er folgt einfach einem vorgegebenen Weg. Wer diesen Weg folgt, weiß ich nicht. Aber er hat halt keine Wahl. So, so sehe ich ihn. Okay. Dann habe ich in diesem Buch sehr viel Spaß gehabt mit den, äh, zwei Kollegen, mit denen er rumreist. Nämlich Ellen und Kutbert oder Kussbert. Ich weiß nicht, ich bleibe bei Kutbert. Ähm, und da muss ich sagen, das erbert mich, weil die mir beide zu blass bleiben. Und ich hätte echt gern viel mehr von den beiden gehabt und viel mehr von den beiden erfahren. Auf jeden Fall. Also, äh, ein eigenes Kutbert-Buch wäre ich sofort dabei. Ja. Definitiv. Das ist lustig, weil bei mir das tatsächlich Ellen, über den ich mir halt haben will. Ehrlich? Also, beide, beide, aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen müsste, eher Ellen. Ich finde, gerade, äh, Kutbert ist so ein schönes, so ein schöner Gegenpart zu Roland, weil er eben dieses, ähm, alte, verbitterte nicht, ähm, nicht raushängen lässt, sondern eben eher so der positive und trotzdem pflichtbewusste Charakter der ganzen Geschichte ist. Ja, aber du musst bedenken, dass Dela auch Eddie nicht mag und Eddie ja in vielen Dingen Kutbert ähnelt. Richtig, richtig. Das finde ich überhaupt nicht, dass die sich ähneln. Doch. Das ist das, was Dela vorher mit der Twinner-Symbolik meinte. Aber, ähm, dass er so ein guter Charakter ist, ich meine, das ist ja schon in seinem Namen angelegt. Er heißt, äh, Cuthbert Allgood. Also, und, ähm, er ist tatsächlich eine Figur, die in Robert Brownings Gedicht Herr Roland Kamst- und Finstern-Tur namentlich genannt wird. Also, ähm, nicht nur Roland, sondern auch Cuthbert ist da schon angelegt. Mhm. Wollen wir bei der Twinner-Symbolik Matti bleiben? Wenn, Brian, wenn du sagst, du hast das nicht gesehen. Ja. Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es in Glas thematisiert wird oder in einem der vorhergehenden Bücher. Aber es wird auf jeden Fall von Roland direkt der Vergleich gezogen sogar, dass, äh, Eddie ihn an Cuthbert sehr erinnert. Oh, das muss ich irgendwo überlesen, überhört, übersehen haben. Es kann auch tatsächlich sein, dass es in den Vorgängerbüchern war, dass es gar nicht in Glas drin war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, in Ball fängt es an, aber in Tod müsste es auch drin sein. Mhm. Und die Frage, die sich mir hier stellt, wenn wir sagen, es ist canon, dass Eddie so ein bisschen eine Twinner-Natur für Cuthbert ist, dann frage ich mich, wer ist Alan? Ähm, Jake, wegen der Fühlungsnahme? Oder haben wir Alan einfach rausgestrichen aus dieser Idee? Weil Susanna ist es nicht. Nee, ich glaube, die Twinner-Sache ist ein bisschen, ja, zu viel des Ganzen. Ich glaube, es sind einfach nur ein paar Wesenszüge, die die beiden gleich haben. Aber sie sind doch verschieden genug, um nicht von einem Twinner zu reden. Hm, ich möchte dir diese Frage am Ende des Turms noch mal stellen. Können wir uns darauf einigen? Ja, okay. Ich glaube, es ist voll. Hm. Äh, gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Nein, aber, ähm, also, in der, im King-Wiki steht drin, sein Twinner ist Jake Chambers. Das will ich tatsächlich auch gerade in diesem Buch hier eher ein bisschen zwiespältig sehen. Aber, ähm, ja, du sagst, wir haben ja noch ein paar Bücher vor uns. Hm, na gut. Aber, hm, aber ich muss dazu sagen, es stimmt tatsächlich, alle Probleme, die ich mit Kuttgart habe, habe ich mit Eddie auch. Äh, das macht die beiden nicht zu schlechten Charakteren. Überhaupt nicht. Aber, es sind genau dieselben Punkte, die mich nerven. Und, äh, in dem Punkt kann ich Roland auch voll verstehen. Ähm, kommen wir zu Susan. Wir haben endlich mal wieder einen Frauencharakter. Ich weiß nicht, was ich von ihr halte. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich, also, sie kommt mir halt immer wie so ein, wie so ein trotziges Mädchen vor. Also, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben in meinen Notizen, komisches Gehör, aber mutig, nicht dumm und wehrhaft. Aber irgendwie, der Schwerpunkt komisches Gehör bleibt trotzdem. Absolut. Ja, ich habe so lange jetzt gezögert, weil ich irgendwie versuche, äh, es positiver auszudrücken. Ähm, sie ist tatsächlich nicht unbedingt uninteressant und unsympathisch, aber es, sie wirkt auf mich wie, ja, wie ein, ein Gegenstand in der Geschichte, der dabei sein muss und nicht wie ein Charakter. Hm? Hm? Jonas? Hm? Ähm, ja, ich glaube, sie ist nur von Interesse wegen, äh, Roland. Ansonsten würde sie halt keine eigenständige Rolle spielen. Hm? Ähm, Hendrik? Für mich, für mich, ähm, für mich war das so eine, so eine, so eine, so eine Paarbildung, während, während Roland für mich immer so ein bisschen für den ruhmreichen Krieger, sag ich mal, steht, äh, symbolisiert sie für mich eher stolz, wobei ich nicht sagen kann, worauf sie stolz ist, aber, ne, so ein, so ein, ja, stolzen Dickkopf und, und Roland eher so den, den, den ruhmreichen Draufgänger. Das war halt das, wo ich, was ich sagen würde, weshalb man sie braucht. Einfach als Ergänzung quasi zu seinem. Ja, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass Roland Adression ist und Susan Resilient? Ähm. Nein. Ein Stück weit. Flo, dann führ das mal aus. Ja, ein Stück weit. Ich kann erkennen, wieso, aber, dass es genau ausfindet, lass mich noch einen Moment drüber nachdenken. Okay, dann bringe ich die nächste Verschwörung rein. Wie stehen wir denn von Susan als Twinner zu Susanna? Denn das finde ich wesentlich logischer als Ellen als Jake-Twinner. Ja, würde ich dir zu 75 Prozent, glaube ich, zustimmen. Also ich meine nicht nur wegen der Frau und auch nicht nur wegen des Namens. Ja. Aber wir haben hier dieselbe Veranlagung zwischen, also diese Wandlung der Persönlichkeit, die wir bei Susanna haben, die ist drin, von diesem erst völlig verschüchterten, durchmäuserischen Gür zu, es ist wehrhaft, es tritt für sich selbst ein und so weiter und so fort. Wir haben genauso diese starke Bindung zu ihrem Papa, die kommt, glaube ich, in späteren Büchern erst richtig durch. Und wir haben natürlich hier, und da kommen wir leider ins Spoiler-Territorium, ja wieder dieses Problem mit Rowlands Kind. Und alleine deswegen würde ich sie schon als Twinner verstehen wollen. Okay, zu dem Spoiler-Teil kann ich nichts sagen. Und zu dem Vater-Gedöns auch nicht. Also ich hätte auch ohne diesen Spoiler dir schon zugestimmt. Ja, es ist eigentlich auch die einzige logische Wahl wirklich. Ich würde schon sagen, dass die beiden aufeinander basieren oder miteinander zusammenhängen. Die Frage ist halt, brauchen wir brauchen wir quasi müssen wir jeden Twinner besetzen? Also braucht jeder Twinner eine Entsprechung? Oder können wir Floto weiß noch, was ich meine, was ich sagen will, ohne dass ich es ausspreche. Also ich nehme jetzt einfach die letzten zwei Bücher Desperation und Regulator gerade mal als Beispiel. Da hatten wir diese Twinner Extrem. Und wir hatten eben welche, die nicht besetzt waren. Welche nur in einem Buch aufgetaucht sind. Stimmt. Deswegen würde ich das als Beispiel nehmen und sagen, nein, wir brauchen nicht für jeden Charakter ein Gegenstück. Weil mein Gedanke war jetzt gerade eben zum Beispiel mit Eu. Eu wäre eine Hinzufügung gewesen. Wir hätten in Zweifelsfall alle Twinner verbaut in dieser Geschichte und wir hätten einen neuen dazubekommen. Und jetzt ist für mich die Frage, ist das ein Fortschritt oder ist das ein Zufall? Oder Ist das Gegenstück zu Eu nicht der Dorftrottel? Schimi, genau das wollte ich gerade sagen, ja. Okay, das ist eine hübsche Theorie, die gefällt mir. Über die habe ich tatsächlich nicht nachgedacht, aber ihr könntet recht haben. Ja, ja, okay, damit kann ich leben. Okay, gut, weiter. Wollen wir zu den Gegenspielern gehen? Ich möchte noch kurz nochmal deine Aggression und Resilienz Theorie. Ich glaube, ich habe mit der Aggression Probleme. Ja, da hat mir einfach das bessere Wort gefehlt. Genau. Ich habe aber auch gesucht, ich komme aber auch momentan nicht auf ein besseres. Aber ja, da bin ich bei dir. Aber du gibst mir recht bei Susan Resilienz. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht Impulsivität statt Aggression? Na, Impulsivität auch nicht unbedingt, aber Tatkräftigkeit. Einigen wir uns auf Tatkräftigkeit. Ja, das passt. Ja, ich denke irgendwie, mir fehlt aber auch das passende Wort dazu. Aktionismus. Ja, ich denke eher so an Naturgewalt, irgendwie in diese Richtung, aber es reift doch im Kopf. Sowas wie er ist der Wind und sie ist der Stein. Schon. Wind und Fluss vielleicht. Egal, wir behalten das auf jeden Fall als Gedankengang. Weil ich glaube, eigentlich werde ich mir da jetzt auch noch nicht. Ich muss sagen, ich habe aber an diesem Buch in den Nebencharakteren wahnsinnig viel Spaß gefunden. Zum Beispiel fand ich Coral Thorn, die Frau des Bürgermeisters. Oder ist sie die Frau oder die Schwester oder die dann mit den Sachen geführt? Das ist die Schwester. Schwester? Ja, weil die Frau des Meisters ist ja diese dickliche gutmütige. Ja, genau, 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 genau. Die war mir egal, die Frau des Bürgermeisters war mir echt egal, aber tatsächlich muss ich sagen, die Coral, die hat mir echt gefallen. Weil hier haben wir eine patente Frauenfigur, auch wenn sie eine böse ist, die tatsächlich ein bisschen an ihrer eigenen Welt in dem Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Stellschrauben rum agiert und das finde ich gut. Ich mag die. Bei mir ist so gar nichts hängen geblieben von ihr irgendwie. Sie vögelten wie Frettchen oder wie Katzen. Das ist so der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, aber egal. Ja, gut. Der Bürgermeister selber gebt ihr mir recht weg, Werfahrer, oder? Ja. Ja, schon. Wie stehen wir denn zu den Saargegern? Waren das würdige Gegenspieler? Nein. Nie. Nee, allein schon dieser dämmliche Name. Es sind ja, ja, nein, das sind keine würdigen Gegenspieler, das nicht. Der Name passt so zu einem John-Sinclair-Roman aus den 70ern, aber trotzdem haben sie irgendwas, gerade so in dem Western-Setting. Ich muss halt sagen, die Depak und der andere Assistenz-Idiot, die haben mir halt gar nichts gegeben. Aber der gescheiterte Revolver-Mann, wie heißt er? Kann mir jemand helfen? Also der Anführer halt von der Bände. Ich komme nicht auf den Namen, nee. Ich habe sowieso bei dieser Folge sehr, sehr viel Probleme mit den Namen, weil es entweder zu viele oder zu ähnliche waren. Moment, die Sackjäger Roy, Elrod und Clay. Nee. Elrod, Elrod, Jonas, genau. Es gibt einen Grund, warum ich den mag. Den mochte ich sehr. Der hat tatsächlich für mich funktioniert, wobei ich sagen muss, dass er ein gescheiterter Revolver-Mann ist. Dazu war er zu schlecht, glaube ich. Deswegen war er gescheitert. Ja, aber na gut. die besten Bösewichte sind halt die, die eigentlich mal gut sein wollten. Aber ist er richtig böse? Ich meine, darüber müssen wir eh gleich reden. Ja, ist er böse oder ein Opfer der Umstände? Nein, nicht mal das. Aber reden wir über diese ganze politische Verschwörung mal kurz. Wir haben ja schon etabliert, dass diese ganze Gilead Geschichte und dieser ganze Arthur Scheiß, ja, was zutiefst faschistisch, rassistisch, aristokratisch ist. Wir haben das Weiße, wir haben eine sehr klassistische Gesellschaft und so weiter und so fort. Und jetzt ist halt die Frage, will man pharsen als der gute Mann? Ist das ein Bauernfänger, der einfach unter dem Deckmantel der Demokratie Idioten sammelt? oder ist es einfach eine Demokratie und er wird deswegen von den aristokratischen Wichsern als Terrorist verkauft? Und demnach muss man halt auch Jonas irgendwo bewerben. Der ist zwar nur ein Söldner, aber nichts desto trotz muss ich sagen, finde ich Pharsens Agenda, zumindest so, wie sie erst mal auf dem Papier steht, gar nicht mal unsympathisch. Ja, wie sie auf dem Papier steht nicht, aber aus irgendeinem Grund kaufe ich es ihm nicht ab. Ich kann es auch nicht mal benennen. Vielleicht auch einfach nur, weil er als Gegenspieler eingeführt wird. Bei mir ist es halt tatsächlich die Erinnerung, also ich weiß, dass es wahrscheinlich ein Bauernfänger ist, weil wir dieselbe Diskussion mit diesen Demokratie Bestrebungen bei Augen des Drachen auch eingeführt haben, mit dem selben Charakter, dann ist es halt auch Martin und Martin hängt ja hier auch dahinter. Stimmt vielleicht, das liegt deswegen daran. Ja, ich denke, du hast recht. Ich denke, es ist wirklich ein zutiefst hinterhältiger politischer Charakter, der versucht einfach, ich möchte nicht mal sagen, die Dummen, aber so das normale Volk auf seine Seite zu ziehen, indem er in Bullshit verkauft. Hm, gut. Dann möchte ich über einen weiteren Lieblingscharakter reden, nämlich Rhea. Ich mag Rhea, Rhea ist nicht böse. Das ist krass. Ach, ach, ach. Das greift ein bisschen das auf, was ich an dem ganzen Mittelteil sehr, sehr schwierig finde, weil das ist meiner Meinung nach nur, ich habe Herr der Ringe gelesen und das Ganze neu geschrieben. Entsprechend auch Rhea, die ja eigentlich nur, hätte sie einen Ring, wäre es Gollum. Nein, 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 da muss ich ausnahmsweise Dela zustimmen. Rhea ist für mich ja mehr Saruman. Nee, für mich sind das weniger alles Figuren, sondern mehr Funktionen. Und für mich hat die hier irgendwie einen sehr starken emanzipatorischen Vibe. Ja, ja, ja. Wo siehst du den denn? Erstens, Rhea ist sehr feministisch eigentlich, grundsätzlich, in dem, also in dem Sinne des Krawallfeminismus von wegen, ja, Männer sind halt doof, du musst die halt ertragen, aber du hast eine Möglichkeit, als Frau Stellschrauben zu nutzen, um ihre Dummheit und ihre Triebgesteuertheit auszunutzen dafür, dass du deine eigene Agenda verfolgen kannst. Es sind mehr Hebel als Schrauben, aber ja. Ja. Das Zweite, man könnte sie sogar als bisexuell lesen, wenn man das wollen würde. Drittens, ihr Fluch, den sie auf Susan legt, wäre der zu dem Zeitpunkt ausgebrochen, wo er hätte ausbrechen sollen, also nachdem sie mit dem Bürgermeister gefügelt hat, hätte der sie tatsächlich vom Bürgermeister befreit, weil sie hätte ihren Vertrag eingehalten, wäre aber tatsächlich vor den Erwachsenen von dem Idioten verschont geblieben, weil der Fruch sie unattraktiv gemacht hätte, weil er dazu geführt hätte, dass sie ihre tollen, sexuell aufgeladenen, langen, blonden Haare verliert, was dazu geführt hätte, dass der Bürgermeister keinen Bock mehr auf sie gehabt hätte und kein Interesse mehr an ihr gehabt hätte, bis er vielleicht eine neue findet, die er vögeln kann. Aber sie hätte ihre Farm freigekauft und so weiter und so fort und sie wäre aus dem Vertrag rausgekommen. Die Tatsache, dass sie diesen Fluch vorher gebrochen hat, das war ja nicht Reha's Schuld. Ich würde unterstellen, dass Reha nicht so weit denkt. Für mich ist das einfach nur eine machtgeile, geldgeile Frau, die das System ausnutzt, so gut es geht, um an möglichst viel Kohle und Macht zu kommen, so gut sie kann. Was unter einem feministischen Standpunkt nichts verkehrtes ist. Ich stimme dir halb zu. Natürlich manipuliert sie das System um für sich Vorteile zu ziehen, aber ich würde sagen, sie macht es wirklich mit einer Agenda und das ist nicht nur ihre persönliche Macht. Und ich denke, wenn es um ihre persönliche Macht ginge, eigentlich habe ich Reha immer so verstanden, die will eigentlich nur in Ruhe in ihrer Hütte sitzen, ab und zu mit ihrem Schlangsex- Spielzeug spielen und fein, alles schick. Die kommen ab und zu zur Hexe, weil sie was brauchen, so wie sie halt immer zur Hexe kommen, wenn sie was brauchen, aber wenn die ernsthaft Macht ausüben wollen, würde sie es tun und sie tut es nicht. Sie fängt erst in dem Moment an, in irgendeiner Form aggressiv zu agieren, als sie in die Müllräder der Männer gerät. Eben, als Woland anfängt, ihr Sexspiel zur Ektor zu schießen, als kontaktiert und so weiter und so fort und eben als die Sargjäger dann anfangen, sie die Kugel wegnehmen zu wollen und so weiter. Aber grundsätzlich will sie einfach nur in ihrer Hütte sitzen, Leuten beim Nackputzen zugucken, vielleicht dabei ein bisschen masturbieren und ansonsten glücklich sein. Die tut nichts. Wollten wir das nicht alle? Ja, ich verstehe ja. Ja, aber ich glaube, Rhea als eigentliche Person ist weg, sobald die Kugel da ist, weil der Bann ist ja fast sofort, ja, zeigt eine Wirkung auf sie und danach steht sie absolut unter dem Bann der Kugel und ist nicht mehr sie selbst. Aber die Kugel hat sie doch schon die ganze Zeit, die Kugel hat sie ja schon dort, als Susan kommt. Ja, stimmt. vielleicht diese Episode da vielleicht noch nicht, weil sie da noch kurz reingeschaut hat, aber möglicherweise auch schon ein bisschen. Vielleicht hängt auch der Fluch damit schon zusammen. Was meinst du mit dem Fluch zusammen? Dieses Haare abschneiden. Ich glaube, das ist halt tatsächlich wie ich würde nicht mehr unbedingt unterstellen, dass sie das mit Absicht macht, mit dem Fluch. um Susan zu helfen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ich gebe dir was und du kannst das eigentlich nutzen, wie du willst. Wenn du dich entscheidest, dass du eidbrüchig werden möchtest, dann beschleunigt das halt deinen Untergang. Wenn du aber eben beschließt, dass du nicht eidbrüchig werden möchtest, dann spielt dir das halt in Zweifelsfall in die Hände. Das Ding mit der Kugel sehe ich tatsächlich insofern anders, weil sie hat die Kugel schon die ganze Zeit und sie hat es auch halbwegs im Griff, diese Suchtthematik, bis es eben dazu kommt, dass Leute anfangen, erstens von ihr zu verlangen, die Kugel zu benutzen für Phasen und zweitens dadurch, dass sie in Zeitdruck gerät, mit der Kugel zu arbeiten, weil sie ihr weggenommen werden soll. Dadurch verschärft sich diese Suchtspirale. Aber ich glaube, hätten wir das nicht drin, diesen Druck von außen, würde sie einfach ab und zu mal rüstisch betätigen und glücklich masturbieren. Okay, das habe ich ganz anders gelesen. Ich dachte, sie hätte quasi, sobald Susan dann wieder weg war, sich fast nur noch mit der Kugel beschäftigt. und das sehr exzessiv. So habe ich es auch gelesen, ja. Okay, es ist fair. Flo, hast du eine Meinung? Ich habe gerade ja, versucht, richtig mal zu überlegen. Ich sehe es eher so wie die beiden Jungs. Okay, gut. Aber das beste ein Reha ist ja Ziegenkarn. Ich will diesen Ziegenkarn haben, unbedingt. Hendrian, wann hast du Zeit? Was machst du morgen Abend? Einen Ziegenkarn bauen? Völlig richtig. Ich mähe! Gut, das wären jetzt erst mal die Charaktere, über die ich dir gestolpert wäre, die mir wichtig waren. Wollt ihr über Shimi noch reden, dann müsst ihr darüber reden, weil mir nichts dazu einfällt. Ja, ich denke, wir sollten ihn wenigstens mal kurz erwähnen, wenn wir ihn schon als Twinner ausgemacht haben. Denn Shimi ist ein Charakter, der uns schon mal erschienen ist. Also in schwarz tatsächlich wird er erwähnt. Tatsächlich aber auch nur in der überarbeiteten Version, also King hat ihn nach hinein dann eingebaut. Aber da wird er bereits erwähnt, als Roland in Tull ist, glaube ich. Und er wird ja auch im letzten Teil der Saga nochmal einen Auftritt haben. Ja, wie findet ihr diesen Charakter? Ich meine, er ist auch wieder so eine klassische Funktion, der Dorftrottel hier. Er hat halt wieder dieselbe Funktion wie Tom Cullen in The Stand. Ja, wobei in Western-Geschichten ist der Dorftrottel eher so oft so Comic-Relief. Das sehe ich jetzt hier nicht der Fall. Nein, ich mag Shini, aber er ist eine Propagandafigur. Insofern, dass wir mit ihm ja wieder zeigen, dass die guten Aristokraten ja die armen und schwachen und benachteiligten beschützen vor den bösen Anarchisten. Ja, aber er bekommt ja doch noch eine wichtige... Ich möchte den Turm nicht vorweg nehmen. Ich darf nicht zu viel sagen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast gerade dasselbe Problem wie ich. Ja, ich gebe dir recht, aber ich einige mich einfach darauf, er hat dieselbe Funktion wie John Cullen in The Stand, insofern, dass er durch seine Behinderung nicht einsichtig ist und dadurch quasi das Ass oder der Joker im Spiel sein kann. Einigen wir uns darauf? Ja. Ja. Und ich sage einfach mal so, behaltet Schimi im Hinterkopf, da kommt noch was. Mehr in einer späteren Episode. Was ich tatsächlich eher unglaubwürdig fand, ist, dass Zeus so mit ihm interagiert, wie sie tut. Ich habe ihren Charakter anders verstanden. Also eigentlich hätte sie so arrogant, wie sie ist, zu ihm arschiger sein müssen. Aber das liegt, glaube ich, nur an meiner Abneigung gegenüber Zeus. Gut, reden wir ein bisschen über die Schlüsselsehe und gehen komplett durchs Buch durch? Ja. Komplettes Buch oder jetzt erst mal noch der Erzählteil? Nee, ich würde tatsächlich im Buch lang, also chronologisch gehen. Okay. Also, wir fangen an tatsächlich im Zug. Mit Rätselwettbewerb und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich mochte den Zug. Der Zug ist putzig. War nicht depressiv und so ein bisschen wie Marvin. Wie fandet ihr diesen Kniff, das Ganze durch Abstrusität zu lösen? Ziemlich blöd. Ja. Ich mag die Szene unheimlich, aber die Lösung finde ich auch ein bisschen doof. Ich mochte die Lösung. Ich mochte die Lösung nämlich auch, weil mich würde das auch zutiefst wahnsinnig machen. Es hat mich so an alte Star Trek Folgen erinnert, wenn Captain Kirk durch Unlogik Roboter zur Selbstzerstörung tragen. Ja, aber ich kann das voll verstehen. Ich auch, aber trotzdem. Naja. Nein, aber wie gesagt, als Auflösung des Cliffhanger-Endes vom letzten Mal fand ich das ziemlich gut. Ich war sofort wieder drin. Es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. und diese ganze lange Sequenz im Zug. Ich hatte auch so einen leichten Hell Vibe aus 2001. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay. Und ich muss auch sagen, ich war auch sofort wieder drin in der Welt. Also wir haben es ja nun jetzt zwischen den letzten zwei Büchern relativ viel Zeit auch wieder gehabt. Und ich muss sagen, hat aber diesmal der Einstieg ist mir leichter gefallen als zwischen Tod und drei. Absolut den Einstieg fand ich auch sehr schnell. Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es wirklich die Handlung direkt fortgeführt wird und man nicht erst wieder irgendwo am Lagerfeuer mit einem Bären empfängt oder so. Ja, das stimmt. Naja, was mich jetzt wieder und da habt ihr euch ja immer oder Jonas, ich glaube, du warst das, du warst ja verwirrt, dass Susanna ihren Rollstuhl hat stehen lassen, als sie ihnen den zugehüpft sind, ne? Ja, stimmt. Also vor allem, dass sie es erst so spät gemerkt haben, aber dass sie ja direkt Neun bekommt, dachte ich auch, okay, dann war das vielleicht so geplant oder auch nicht. Ja, ich habe da innerlich Susanna fuhren hören, weil sie dachte, sie ist das Scheißding endlich los und findet jetzt direkt den Nächsten. Toll. Aber gut, wie gesagt, das ist auch wieder so eine Lesart, ich glaube, Susanna hasst den Rollstuhl. Ich weiß, ich glaube, sie hat ihren Rollstuhl gehasst und sie ist ja begeistert, wie leicht und wendig das neue Ding ist. Ja, das stimmt, weil sie mit dem jetzt tatsächlich mehr selber fahren kann. Der andere ging ja nur zuschieben, primär. Also ich glaube, das ist eben auch tatsächlich wieder dieses Emanzipationsding von ich werde bewegt zu ich bewege selber Dinge. Ja. Gut, ähm, ja, der Selbstmord des Zuges, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ist ganz hübsch, aber hm. was ich aber sagen muss, was mir extrem gut gefallen hat, war die Landschaftsbeschreibung während dieser Reise. Also eben diese Badlands und diese ganzen verseuchten Gebiete und dieser Wasserfall, also die reine Landschaftsbeschreibung, die fand ich extrem geil. Oh ja, die mag ich in diesem gesamten Buch. Es gibt hier irgendwo eine Szene, glaube ich, wo dann ein Pferd oder eine Kuh, ich habe schon vergessen, am Rand steht und beschrieben wird, wie halt ein fünftes Bein in der Mitte noch rumbaumelt, nutzlos und so. Solche Sachen, die bringen gleich diese apokalyptische Atmosphäre hervor. Ich glaube, es war eine Hirschkuh. Genau, eine Hirschkuh war es, ja. Und ich muss auch sagen, ich fand das wesentlich angenehmer, weil etwas subtiler, als diese wandelnden Mutanten, die wir aus Schwarz kennen. Ja, genau. Die Mutanten sind so in your face und das hier sind so diese kleinen Zerfallserscheinungen. Gut. Und dann kommen wir eben in die Nähe dieser Schwachstelle. Und ich muss sagen, dieses Geräusch, die Beschreibung von diesem Geräusch, die hat für mich auch unglaublich gut funktioniert. Genauso wie, es wird ja auch so von Farbhalluzinationen gesprochen. Das hat mich zum Beispiel wieder ein bisschen an das Fluss erinnert, mit dem Ölfleck. Genau, das habe ich in meine Notes geschrieben. Ja. Und es erinnert mich auch irgendwie an Linkolios und ich könnte nicht festlegen, wieso. Von der Atmosphäre her verstehe ich es, aber ich könnte es jetzt auch nicht festmachen. Wie ist denn eure Theorie bezüglich dieser Schwachstellengeschichte? Gibt es quasi, also, wenn wir uns jetzt die Welten vorstellen, Schwachstellen, wie ein Stapel Teller? Könnt ihr mir geistig folgen? Ich glaube ja. Und ihr habt auf diesem Teller einen, also auf irgendeinem Teller irgendeinen Fleck, an einem bestimmten Punkt. Stell ich mir das vor, dass diese Schwachstelle quasi in allen darunter liegenden Ebenen auch genau an der Stelle ist? Oder gibt es mehrere Schwachstellen und wir erkennen einfach das Prinzip wieder? Also, ist das dieselbe Schwachstelle wie in Nice? Oder ist einfach das Schwachstellen ein Prinzip, das er wieder erkennt? Letzteres würde ich sagen. Ja, so habe ich verstanden. Da war ich mir tatsächlich uneins, weil es könnte theoretisch beides sein, aber ja, gut. Wie mochtet ihr das? Also, überhaupt die Idee dieser Schwachstelle? Ich habe es nicht so ganz kapiert, was diese Schwachstelle jetzt sein soll, aber naja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Flo, wie siehst du es? Ist das für dich so ein bisschen ein Übergang ins Flitzerdunkel beziehungsweise in die Zwischenebenen oder ist es für dich was ganz anderes? aus? Hm, es ist, also ich stelle mir, hm, ja, ich stelle es mir vor, ich versuche gerade das auf deine Teller umzumünzen, das klappt nicht so ganz, ähm, es sind für mich irgendwie Orte, an denen diese Realität dünner geworden sind, durchlässiger, vielleicht durchlässiger das bessere Wort, und, ja, es wird nie wirklich erklärt, also man muss es sich irgendwie selbst zurechtbiegen, wie man das sehen will. Naja, wenn du sagst durchlässig, durchlässig ist ja ein guter Punkt, wohin durchlässig, in eine andere Welt oder in irgendwas dazwischen? Ich würde sagen, nicht nur in eine andere Welt, aber in andere Welten. Ich weiß nicht, ob es einen Zwischenraum gibt. Naja, als Zwischenraum hätte ich halt zum Beispiel sowas wie das Flitzerdunkel verstanden. Ja, oder ist das wieder eine eigene Ebene? Ja, ich kann es nicht genau sagen, ich weiß es nicht. Okay, also hast du auch keine Theorie dazu für die Server? Nein, also für mich ist es kein Zwischenraum, für mich ist auf jeden Fall Verbindungsglied zwischen anderen Welten, wo es einfach ineinander überschwappt, wo die Farben ineinander verlaufen, aber nein, so wirklich Theorie habe ich auch nicht dazu. Und woher oder wie bewertet ihr das, dass diese Sache so eine Lockwirkung hat? Weil für mich, wenn das nun andere Welten erstmal beliebig Mehrzahl Übergang wäre, wäre es für mich unlogisch, dass das eine Lockwirkung hat. Es hat aber ja definitiv eine Lockwirkung, das etablieren wir ja, als wir die Leute in den Canyon locken. Jetzt ist für mich, also wenn ich sage, also für mich ist das tatsächlich so ein Zwischending, eben wie das Flitzerdunkel oder eben so eine Welt, wo eben irgendwelche Lebewesen hausen, die gerne einen Norm hätten, wo selten eine Norm hinkommt, dann würde es für mich erklären, warum das lockend ist. Wenn das aber nur ein Übergang zu allen anderen Ebenen ist, macht das für mich keinen Sinn, dass das eben Leute aktiv anlockt. Ja, das ist auch ein Teil des Problems, was ich mit dem Verständnis der Schwachstellen habe. Für mich war die Analogie zum Ölfleck so stark, ich habe mir das nicht unbedingt als durchgescheuertes Knie in einem Stapel Jeans vorgestellt, sondern wirklich als eine Art organisches Ding, was sich vielleicht von dem ernährt, was es da anlockt, oder sich vielleicht auch davon ernährt und es irgendwo wieder ausspuckt. Das macht auch Sinn, da habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, aber das macht auch Sinn. Oder verdaut und ausspuckt, je nachdem. Aber diese Ölfleck-Analogie fand ich so prägnant von den Beschreibungen her, dass das für mich einfach gut gewirkt hat. Ja, das stimmt, das ist eine gute Theorie, die ist mir so nicht bewusst gewesen und ich glaube, wir haben das auch nirgends etabliert, dass es unbedingt ein Übergangsding ist, oder? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja, Hintrion, ich glaube, ich mag deine Theorie. Wie gefällt es euch denn, dass wir generell jetzt gerade mit Topeka in der Welt von Distant landen? Ich habe mich ja voll gefreut, weil ich mag Distant, das ist immer noch mein Lieblingsbuch. Ich fand es großartig, eben diesen ganzen Fanservice, dass wir auch später dann Fleck treffen und so weiter, dass wir die Anspielung auf Abigail haben. Und es trifft halt genau wieder diesen Punkt mit Jimmy und Tom Cullen, passt ja auch wieder zusammen irgendwie. Und was ich besonders geil fand, war eben diese Andeutung, dass die Captain Trips auch andere Welten anstecken kann. Das fand ich hübsch. Ja, ich meine, wir hatten ja auch in The Stand ein Kartett, das sich aufgemacht hat, um Fleck zu besiegen. Ich hätte gerne mehr Zeit in dieser Welt Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, weniger Jugendabenteuer, mehr hiervon. Genau. Und was ich auch ganz nett fand, und ich zitiere an dieser Stelle, Nebraska liegt auch westlich von hier, sagte Susanna stockend. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist mit dieser Abigail, aber ich glaube, sie gehört zu einer anderen Geschichte, sagte Roland. Aber einer Geschichte, die eng mit unserer verwandt ist, warf die unvermittelt ein. Wirklicherweise gleich nebenan, dicht genug, dass die gut nachbarlich Zucker und Salz tauschen kann oder Streit vom Zaun brechen. Und ich glaube, das ist tatsächlich in der Turnreihe das erste Mal, dass wir diese vierte Wand durchbrechen, oder? Ja, das wird der ja später noch ganz heftig machen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich damit meine, aber ja, doch, das erste Mal, dass es so richtig auffällt. Wie hat euch beiden, die noch nicht weitergelesen haben, diese Sache gefallen? Hat das bei euch irgendwie genervt oder neugierig gemacht oder habt ihr es einfach überlesen? Ich glaube, ich habe es einfach überlesen. Ja, ich habe nicht viel rein interpretiert. Ich dachte, naja, gut, irgendwie ist in der Nachbarschaft Zuckerreich und so im Sinne von, ja, ist halt beides vom gleichen Autor. Okay. Ich beiße mir gerade auf die Zunge, da kommen wir, glaube ich, irgendwann nochmal drauf zurück. Aber wir sind jetzt lieb, wir haben schon genug gespoilert. Ja. Gut, und dann kommen wir eben in die Erinnerung an diese Schwachstelle, kommen wir jetzt in die Erzählung von Roland. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe mit diesem ganzen Rückblick einigermaßen Probleme gehabt, was ich aber richtig gut fand, war eben diese Beschreibung der Mannbarkeitsprüfung, die Reaktion seines Vaters und all diese Dinge. Daran habe ich wahnsinnigen Spaß gehabt. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, aber war da so viel gesagt? Weil die Mannbarkeitsprüfung, die ist ja schon vorbei. Man bekommt quasi nur mit, wie er im Portell aufwacht und sein Papa kommt rein. Naja, alleine die Tatsache, wie er sich dann mit seinem Papa so von wegen, ja, und ich habe deine Frau und die hat dich doch entehrt und Blödsinn und so und so und da halt so ganz trocken, ja, das weiß ich doch nur schon, wo ist das Problem so sinngemäß? Das fand ich gut, ich mochte das. Ja, das mochte ich auch, aber ich glaube, es war einfach zu wenig, um es für mich bemerkenswert zu machen. Okay. Ich weiß gar nicht, die eigentliche Beschreibung der Mannbarkeitsprüfung mit dem Falken und so weiter. Hau ich das jetzt durcheinander, ist das in Glas gar nicht drin, sondern woanders, oder? Ich meine, es wäre in schwarz, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Also erwähnt wird es hier aber nicht ausgeführt, soweit ich weiß. Okay, ich muss dazu sagen, ich glaube auch, es ist in schwarz erwähnt, das Problem ist, ich habe halt auch einen Teil der Comics gelesen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da wird das halt auch nochmal sehr ausführlich beschrieben und ich glaube, da könnte es auch drin sein. Da ist es auf jeden Fall drin und daran denke ich gerade, aber deswegen dachte ich jetzt, es müsste in Glas auch ausgeführt gewesen sein, aber scheinbar täuscht mich da meiner Erinnerung, das ist sehr gut möglich. Ähm, gut. Und dann werden wir nach Maze entsandt und da muss ich euch fragen, wie hat diese diese Location für euch funktioniert, weil die ist an mir komplett vorbeigegangen, die ist komplett verheilt und ich kriege kein Bild zusammen, außer den Geruch von Heu und dummen Leuten. Für mich ist das Ganze irgendwie eine ganz komische Mischung aus Western und Mittelalterstädten und deswegen kriege ich da auch kein klares Bild zusammen. Genau das, da stimme ich dir voll zu. Das war irgendwie nicht konsistent, nur Western-Setting oder nur Auenland-Setting. Das war, ja, ein wilder Mix. Wie mochtet ihr denn diese diese eingeflochtenen Technologie-Sachen? Also eben diese Ölpump-Dingsies und so, weil das hat mir tatsächlich das eh schon nicht konsistente Bild noch viel mehr durcheinandergeworfen. Das fand ich herrlich, weil das dieses, ich will nicht sagen heile Welt-Setting, aber dieses geradezu gemalte Setting komplett nicht unbedingt zerstört, aber gestört hat und immer so als Einwurf gewirkt hat, wie hier stimmt was nicht oder ist es nicht so, wie es scheint. Ich finde es merkwürdig, aber ich glaube genau dafür ist es auch da. es soll halt zeigen, wie bizarr diese Welt ist und das macht es eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall, disruptiv ist es auf jeden Fall sehr schön. Da gebe ich euch recht. Das gibt so einen Hauch von Post-Abkalypse. Das geht mir zum Beispiel gegen mir das so bei der Serie Chroniken von Shannara, wo man ja auch erst denkt, das ist halt so ein Elfenland-Ding-Sie-Zeugs-Sache, Mittelalter-Blah und dann auf einmal sehen wir halt da irgendwie Banner von Abschlussbällen aus unserer Welt und so. Den Effekt hatte es für mich auch und es mochte ich auch sehr. Und tatsächlich wird ja hier auch wieder etabliert, dass die Zeit halt völlig außenfugig ist. Genau. Es wirbelte Raum, Zeit, alles durcheinander und das macht es echt gut, aber halt auch schwer zu fassen. Genau. Beispiel dafür ist eben zum Beispiel, dass wir hier Sylvia Pittensen wieder treffen. Das ist die Predigerin aus Schwarz. Die kommt halt hier auch vor und das kann eigentlich zeitlich überhaupt nicht zusammengehen. Ja, was mir noch wichtig wäre, aber wie gesagt, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist diese ganze Sache mit dem Krieg mit Phrasen und Juliet. Wie gesagt, mit dem Wissen, das ich aus Augen des Drachen habe und da eben erwähnt wird, dass Martin sehr gerne unter dem Deckwandel der Demokratie Anarchie bringt, weiß ich, dass Phrasen das nicht so meint, wie er tut. Aber wenn ich jetzt nur Glas nehmen würde, muss ich sagen, bin ich auf der Seite von Phrasen. Ich bin da nicht ganz bei dir. Wäre das wirklich eine Massenbewegung? Würde ich sagen, ja, dann steht Phrasen auf der richtigen Seite. Aber ich hatte nie das Gefühl in dem Buch, dass diese Demokratie wirklich was ist, was das Volk will. Ja, du musst aber bedenken, wir sind hier auch im absoluten Randgebiet am Arsch der Welt, am Pickel am Arsch der Welt. Ich glaube, für die Leute in Maze, also direkt dort ist es einfach scheißegal, wer da jetzt gerade in der Regierung sitzt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Die Massenbewegung und die Auswirkungen, die das Ganze hat, hat es eben zum Beispiel primär auf die Leute in Gilead. Und da ist halt die Frage, ob es dort eine Massenbewegung ist oder nicht. Und nicht in der Provinz, wo nur im Zweifelsfall die Versorgungslinien entschieden werden. Guter Punkt. Also ich verstehe deinen Punkt komplett, aber ich denke, du kannst Maze an der Stelle nicht als politischen Barometer nutzen. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will. Ja, okay, da gehe ich mit dir. Gut. Und dann kommen wir zum Rosamunde-Pilcher-Teil. Das fängt schon damit an, ich kann keine Pferde leiden. Dieser ganze Pferdequatsch, der da so, und diese ganzen Analogien, das ging mir alles unglaublich auf den Sack. Und die ganze Liebschaft zwischen Roland und Susan, ich habe das Buch das erste Mal gelesen, da war ich 13, da hat es, glaube ich, noch funktioniert. Jetzt bin ich 30 oder 31 noch relativ frisch verliebt und relativ dumpfrisch verliebt, glaube ich. Aber ich kann das nicht mehr greifen. Weil das so eine gewollte Tragik hat und so einen Pathos, der aber nicht, der Pathos fühlt sich nicht echt an. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das, ich glaube, das ist der Punkt, den ich meinte mit Roland ist einfach schon immer alt. Das habe ich, also... Ich formuliere es so um. In deinem Sinne, was du meinst. Ich glaube, Roland empfindet hier eine Form von Liebe, von der er glaubt, die muss er so empfinden, wie er sie empfindet, weil das seinem romantischen, rütterlichen Ideal entspricht. entspricht. Wie er gelernt hat, dass Liebe aussehen muss von außen. Dankeschön, genau das. Das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, er folgt halt einem Weg, auf den er keinen Einfluss hat, weil das so das Bild ist, das er hat. Es muss so laufen, es geht nicht anders. Deswegen benimmt er sich auch nicht wie der alte Mann, der er ist, sondern wie ein Idiot. Wie steht ihr denn zu der Seite von Susan dabei? Das finde ich ja eigentlich die viel spannende Frage. Und ich muss sagen, ich habe da auch keine wirkliche Antwort dabei. Ich meine, sie ruht sich ja völlig für mich, völlig darauf aus, ja, klar ist wieder Wind und passt halt dann. Also für mich trägt die durchaus einen gewissen innerlichen Konflikt zwischen ich muss meinem Eid gehorchen und ich will frei sein aus halt nicht gut genug ausgearbeitet und vielleicht auch nicht konsequent genug. Aber den Ansatz sehe ich da. Hätte man das weiter ausgearbeitet, wäre es halt wirklich nur ein Rosamunde-Pilcher-Roman geworden. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, hier ist auch der Punkt, mit dem ich das Problem habe. Dieser innere Konflikt ist für mich eher eine Funktion. Der ist auch da, weil es eben da sein muss, weil es eben eine Pilcher-Geschichte ist. genauso wie Roland denkt, ja, das muss so sein, diese Liebesgeschichte muss so aussehen, habe ich das Gefühl, Susan denkt, ja, so muss es aussehen, so muss es gehen, weil die Geschichten sind alle so. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, die Charaktere haben haben Punkte, die sie abarbeiten müssen, aber wenig eigene Sachen, die sie von sich heraus tun, in dieser Liebesgeschichte zumindest. Und das ist, glaube ich, das Problem, das ich damit habe. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das so verstanden habe, diesen ganzen innerlichen Konflikt. hat Susan eigentlich nicht, oder zumindest hat sie ihn im Griff, bis zu dem Moment, wo sich der Bürgermeister an ihr reibt. Und so. Für mich ist diese ganze Sache mit Roland eine absolute Affekthandlung. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das hat nichts mit, wäre es das, könnte sie einfach eben, ja, Bürgermeister, ja gut, lassen wir halt mal drüber und gehen mal durch. Danach kann ich ja immer noch den Fremden, ne? Ich schätze sie tatsächlich für so klug und so berechnend ein, und berechnend hier im positiven Sinne, dass sie diese Rechnung machen könnte, dass sie damit ihre Familie von ihren Schuld befreit, bla 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 bla, und damit, glaube ich, auch gar keine allzu großen gesteigerten Probleme hätte. Die gesteigerten moralischen Probleme kommen ja erst, als Roland hinkommt und die große Fresse hat und sie doof anmacht. Worüber ich mich auch aufgeregt habe, ist das erst mal zweitens. Ich glaube, dass sie sich Roland dann so an den Hals wirft, ist tatsächlich eine reine Panikreaktion durch diesen Ekel, den sie durch diese Attacke vom Bürgermeister empfunden hat. Das ist keine Liebeshandlung. Das würde Sinn ergeben, ist, glaube ich, aber nicht diese Absicht geschrieben. Das traue ich gegen mich zu. Meinungen anderer? Ja, nein, also, ich glaube, es ist auch wieder ein Punkt, der hat mich belästigt, ich muss jetzt die wahre Liebe finden, irgend so was, aber ich glaube, es ist auch, es ist wieder so was, ja, ich schmeiße mich Roland an den Hals, weil es muss ja so sein. Ich habe was Schlimmes erlebt, der Fremde ist jetzt mein Retter. So in der Richtung, aber ich komme noch nicht genau, ich kriege es noch nicht genau zusammen. Ja, okay, das stimmt schon, man kann das in dem Punkt, ja, vielleicht, ja, gut. Ich, ich weiß nicht, ob, ob der Konflikt nicht, nicht andersrum für mich mehr Sinn ergibt, ähm, auf der einen Seite erfährt sie diese ganzen, ähm, erniedrigenden Handlungen, zum Beispiel die Untersuchung von der alten Schachtel, ähm, dann den, den ekligen Bürgermeister, der sich da an ihr vergehen will, und dann diese, hm, ritualisiert reine Liebe durch, äh, durch Roland und weiß einfach nicht, sie, sie, sie steht einfach emotional im Konflikt dazwischen. Ich glaube, das ritualisierte reine Liebe ist ein sehr guter Begriff. Ja. Das ist, äh, ja, die reine Liebe, weil es sein muss. Das sehe ich einfach, ich habe das einfach nicht reingelesen, weil, wenn es dieses K ist wieder Strom, und es ist halt so, weil es so sein muss, dann wäre sie, glaube ich, von Anfang an komplett in Flammen gestanden. Nein, nein, nicht, nicht vom, sagen wir mal, vom Schicksal her, äh, diese Liebe ist Schicksal, sondern, äh, diese Liebe ist ein Ritual, das sieht so aus, und deswegen müssen wir jetzt so handeln, wie wir handeln. Ja, das glaube ich auf Worrellenseite hundertprozentig, diese Denkart. Die glaube ich aber nicht bei Susan, weil bei Susan der empfundene Konflikt für mich zu spät kommt. Der, der taucht für mich erst viel später auf. Versteht ihr das? Weil sie, weil sie völlig im, im, äh, taumel ihrer eigenen jugendlichen Emotionen ist und, äh, ne, dass sie überhaupt nicht so auf dem Schirm hat in dem Moment. Okay, unter dem Aspekt vielleicht, ja, okay, das sehe ich ein. Aber, auch dieses Ganze, diese ganze Verhaltensänderung dann später bei ihrer Tante, dass sie dann eben, ich meine, die ganze Zeit diese Demütigung durch die, durch die Reha lässt sie sich, äh, mehr oder weniger wehrlos über sich ergehen, weil, was soll sie auch anders machen? Äh, sie lässt sich die ganze Zeit von Cordelia rumschubsen. Kaum war der Moment, dass sie in dieser Panikreaktion vom Bürgermeister davon gelaufen ist und in Rollins Arme, ab da ist sie aktiv in irgendeiner Form. Ja, weil sie in, in Rollins Arme fällt und sieht, wie es sein kann. Ja, aber ab, sie hat erst, meiner Meinung nach, erst ab dann überhaupt das Gefühl, dass sie in den Konflikt steckt. Ja, weil sie zum ersten Mal einen Ausweg sieht. Okay, ja, stimmt. Ja, okay. Ja, sehe ich ein. Okay. Was mich hier sehr gestört hat, ist, dass dieses Ende von Susan so ruckartig kommt und zumindest im Kontext dieses Buches für mich bedeutungslos bleibt. Gebt ihr mir da recht? Ich habe es nicht geschafft, den Schmerz von Roland zu empfinden oder zu empfinden, dass da welche ist. Ähm, ich kann den Schmerz verstehen, aber ich empfinde ihn überhaupt nicht. Und dieses ruckartige Ende, nee, ich glaube, es soll als Schockmoment kommen. Aber es war irgendwie durch die ganze vorhergehende Geschichte vollkommen klar. Ich meine, er hat es diesmal glaube ich nicht gemacht, was er sonst sehr gerne macht. Sehr früh im Buch verraten, dass irgendwas Großes passiert und das schon irgendwie in einem Nebensatz erwähnt. Aber es war für mich auch keine Überraschung. Stilistisch muss ich aber sagen, diese ganze Ausstoßungsszene und diese ganze wir verbrennen jetzt Menschen auf dem Schreiterhaufen Geschichte und so weiter und diesen ganzen wütenden Mob, das hat mir stilistisch wieder sehr gut gefallen, diese Szene. Das war voll hübsch, ja. Und zu dem abrupten Ende noch kurz. Für mich hat einfach der gesamte Endkampf, sag ich mal, mit diesem alles verschlingenden Ölfleck und alles, was drumherum passiert, das war so präsent, dass er sich wirklich Mühe hätte geben müssen, irgendwie die Verbrennungsszene noch aufzupusten, damit die überhaupt dagegen ankommt. Und das ist halt das, was bei mir gar nicht funktioniert hat. Diese ganze Schlachtsache und die ganze Vorbereitung auf die Schlacht und das ganze Zeug, das hat bei mir gar nicht gezündet. Und ich fand die auch einfach fürchterlich konfus geschrieben, aber gut, das hat eine Schlacht halt so an sich, da hast du halt keinen Überblick. Das mochte ich gar nicht. Was ich im Gegensatz dazu sehr mochte, war quasi die Vorbereitungszeit, als sie aktiv sich dumm stellen müssen. Als sie also vermeiden, quasi die richtigen Sachen zu zählen und so weiter. Das hat funktioniert. Aber alles, was wirklich die Vorbereitung auf diese Endschlacht war und diese Dinge, das hat bei mir überhaupt nicht gewirkt. Ich fand es zu viel an vielen Stellen und wie du richtig sagst, sehr, sehr konfus. Also richtig der Handlung folgen konnte ich irgendwann nicht mehr, weil einfach an zu vielen Stellen Dinge geschehen sind. Was ich hingegen total hübsch fand, war diese Verwerfung, wie heißt es, nach dem Ölfleck halt, wie er die ganzen Viecher und Menschen da auffrisst. Das fand ich herrlich. also von der Erzählweise her. Ja, auf jeden Fall. Also das war hübsch, aber das hat halt für mich, da hat halt das Universum an der richtigen Stelle geholfen, aber das hatte relativ wenig mit Rollins und seinen Leuten zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Absolut. Und deswegen war für mich diese ganze, dass Rollins sich jetzt so verkauft, als ich, musste ja dort sein und konnte deswegen nicht bei Susan und bla und füllen und tu. Es war halt ein völlig sinnloses Opfer, meiner Meinung nach. Und an dieser Stelle hätte man diese Gruppe Roland, Cuthbert, Alan auseinanderreißen können und in verschiedene Ebenen diese Auseinandersetzung einfügen können. Richtig. Und wir haben ja dafür auch den Ansatzpunkt schon geschaffen gehabt. Und das fand ich übrigens auch sehr gut, dass das hier ein KZ ist, das sich eben nicht komplett einig ist und wo eben die Loyalitätsfrage nicht hundertprozentig geklärt ist, weil eben Roland in seinem jugendlichen Wahnsinn seine Loyalität und seine Anführungsstrichen Pflichten Außenaugen verliert. Diesen ganzen Konflikt zwischen Alan und Cuthbert und Roland, den fand ich großartig und da hätte man viel mehr draus machen müssen. Dann wäre das auch viel logischer gewesen. Zum Beispiel indem wir mit dem Zerbrechen des Kathetts arbeiten. Genau, da hätte man auch wieder, um auf die Twinner zurückzukommen, da hätte man Sachen vorbereiten können, die man später sehr gut hätte einsetzen können. Aber da hat King wohl das Gesicht seines war das vergessen. Ich befürchte halt einfach, da wusste er wirklich noch nicht, wo er hin will. Ja, ich vermute es auch. Er wusste, was er in dieser Geschichte schreiben will, dass er diese Jugendabenteuer schreiben will, aber er hatte keine Ahnung, wie er das später mit der Hauptgeschichte in Verbindung bringt und das hat er in dem Fall dann, ja, nicht so wirklich. Ja, wir haben dann den großen finalen Endkampf, Susan ist tot, Roland erhascht einen Blick in diese Kugel und jetzt ist eine große, große Frage und das würde mich interessieren, Flor, wie du dazu stehst, wir sind uns ja recht einig, dass diese Kugeln, zumindest diese spezielle, durchaus ein eigenes Eigenleben und eine eigene Agenda und ein eigenes Bewusstsein haben. Richtig? Ja, würde ich sagen. Und du gibst mir recht, dass du das auslöst, das Wohlenssuche nach dem Turm durch diese Vision, durch eine im Zweifelsfall böswillig von der Kugel erzeugte Illusion erst ausgelöst wird? Als Auslöser ja. Ich denke, es sind schon die Samen vorher gesät, aber der Auslöser für die Suche ist definitiv die Kugel. Dann ist ja die Frage, definieren wir den Turm als real? Da würde ich bis beim Sieben warten. So wie es jetzt im Stand dieses Bures könnte diese ganze Sache, diese ganze Schnitzeljagd nach diesem Turm, nach dieser Vision ja auch einfach nur eine Vorspiegelung durch die Kugel sein. Um Roland in sein Verderben zu ziehen. Ja, aber warum sagt die Kugel dann am Ende hier hört auf nach dem Turm zu suchen? Umgekehrte Psychologie. Ja, und um halt auch den Untergang zu beschleunigen, weil sie wendet sich damit ja nicht unbedingt an Roland, sondern an seine Begleiter. Dass sie ihn dann alleine lassen. Genau. Ich mache jetzt die große Theorie auf, wenn ihr ja vorhin behauptet habt, dass die Schwachstellen, dass dort Lebewesen sind, die Leute anlocken, um sich an ihn zu nähern und die Schwachstellen durch den Niedergang des Turms gestärkt werden, vielleicht sind diese Lebewesen die Kugeln. Das ist vollkommen einfach nur Theorie, weil es wird niemals so gesagt, aber es gibt in den Comics gibt es eine Darstellung, woher die Kugeln kommen. Die habe ich allerdings noch nicht gelesen. Es wird auf jeden Fall irgendwo etabliert. So weit bin ich da auch nicht. Wurde nicht gesagt, dass Martin die erschaffen hat, oder hat er sie nur genutzt? aber das wird nicht in den Büchern etabliert. Also ja, die gehören zu Martin, das auf jeden Fall. Ob er sie erschaffen hat, oder ob er sie einfach sammelt und zusammenfügt und nutzt, das ist nicht raus. Okay, dann habe ich das falsch gelesen, oder zumindest anders als du. Gut, fällt euch jetzt zu dem Zwischenteil noch was ein zu der Erzählung? Ich habe nichts mehr. nichts Essentielles, nein. Und dann würde ich sagen, kommen wir wieder zurück in die echte Welt, also in die Zeit der Turm Chronologie. Können wir uns darauf einigen? Wir wachen also jetzt auf, beziehungsweise die Nacht ist, obwohl die ganze Erzählung so lange gedauert hat, ist die Nacht nicht weitergegangen. Das heißt, wir haben hier wieder eben Zeitverschiebungs Problematiken und so weiter und so fort. und wir stehen vor dem lustigen Glaspalast. Und jetzt muss ich sagen, kommt der ganze Zauberer von Ostheil und ich mag den nicht. Ich schon, wobei sobald das auftaucht, denke ich, okay, hier hat er doch den Hai übersprungen. Aber ich finde es lustig, dass er eben nicht nur seine Geschichten da rein mischt. Ich finde es auch etwas merkwürdig, aber der Zauberer von Ost ist halt so amerikanische Popkultur mittlerweile, dass ich es verstehen kann. Und das ist, glaube ich, auch mein ganz großes Problem. Ich musste irgendwas um die Ende 20 werden, um das erste Mal in meinem Leben den Zauberer von Ost zu lesen. Ich bin ja Ostkind und ich kannte mein Leben lang nur den Zauberer der Smaragg statt. Das war in meinem Hirn immer dasselbe Buch. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das quasi das Ostplagiat das Ganze ist. Aber dadurch habe ich für diese richtige Betrüger Sache und so weiter gar nie ein Gefühl gehabt. Und ich verstehe auch den Zauberer von Ost nicht als Konzept. Also will mir das auf der Symbolebene was sagen und ich kriege es nur nicht mit oder gibt es keine Symbolebene und es spielt nur mit der Popkultur Referenz? Das frage ich mich auch jedes Mal bei dieser Szene. Das Einzige was ich mir erklären könnte ist halt diese Doppeldeutigkeit des Zauberers selbst schau nicht hinter zu dem Mann hinter dem Vorhang oder irgendwie so ähnlich. Da kommen wir wieder auf Phasen zum Beispiel dass hinter den mächtigen Figuren eigentlich was ganz anderes steckt. Es ist das Einzige was ich symbolisch hier rein lesen kann aber ich glaube da hat er auch nicht so wenn er irgendwas damit sagen wollte ist es ihm nicht gelungen das klar zu machen. Oder wollen wir auf die Schiene gehen dass diese ganze Zauberer von Ostthematik wieder so ein Angriff auf die vierte Wand ist. Dass eben dieser ganze Budenzauber von King und wer fehlt noch die Vogelscheuche und Toto der Hund sind natürlich auch das Katett vielleicht ist ihm das einfach aufgefallen es ist nicht sein Herr der Ringe sondern es ist mein Zauberer von Ost also baue ich es ein aber warum es unbedingt sein musste weiß ich auch nicht. Naja und die spannende Frage ist doch für mich jetzt auch und das würde da reinpassen warum sind sie denn nachdem das ganze dann so vor sich hin eskaliert plötzlich wieder auf Provision ausgerüstet und so weiter und so fort weil das ist doch eigentlich keine Kraft des Turms in irgendeiner Form die da tätig wird das ist es gibt keinen Grund dass die wieder neuen Proviant und Zeug haben außer wir sagen dieser ganze Budenzauber von Zauberer von Ost ist quasi eine Karikatur selbst da jetzt einfach beschlossen hat weil es in den Orangen und Kram passt dass sie jetzt neue Proviant brauchen also ich habe das so verstanden dass die halt ja sich irgendwie in dem Schloss ausgerüstet haben und losgelaufen sind weil ihre Schuhe waren ja auch total abgenutzt und sowas und haben einfach einen Filmriss gewagt ja schon aber trotzdem anders oder andere Frage warum spielen wir hier überhaupt den Tic Tac Mann noch mal rein das habe ich nämlich auch nicht verstanden was der soll ich meine dass das Fleck da ist und Fleck die Hebel bedient und so das macht Sinn weil er einfach Spaß dran hat das ergibt für mich völlig Sinn einfach nur weil er da ist und weil Spaß dran hat ohne Agenda ohne irgendwas aber warum ist der Tic Tac Mann da also was soll das weil er im letzten Band gerettet wurde und nochmal auftauchen muss aber er hat doch gar keine Funktion also er macht ja nichts ja aber King wusste vielleicht noch nicht was er mit dem vorhat hat gemerkt okay ich kann ihn nicht verwenden also baue ich ihn jetzt irgendwie ein für mich war das ganze Ende so absurd dass es mir eher vorkam wie ja so eine Mischung aus aus Traum und Delirium oder sowas also quasi auch Jonas seine Filmbrust Theorie ein bisschen in die Richtung gehend ja und dass in diesem kollektiven Traum eben jede Figur auch auftauchen könnte und so ist es eben halt mal der Tick-Tack-Mann geworden weil sie mit dem halt schlechte Erfahrungen gemacht haben in jüngster Vergangenheit und finde ich finde ich okay aber weiter geholt aber ich muss sagen ich habe diese ganze Szene die ganze Intelligenz überhaupt nicht verstanden also so gar nicht für mich war das halt tatsächlich so ein Ding wir bringen durch die Kugel die Frage rein ihr kennt jetzt die ganze Wahrheit der wird alle Opfern die ihm in die Quere kommen wollt ihr das wirklich tun sie sagen ja wir wissen was wir tun und daraufhin greift King als das Schicksal als der Mensch der den ganzen Putenzauber verursacht wieder in die Handlung ein und lässt die ganze Blase platzen und setzt sie wieder frisch aufprovisioniert auf die Straße das ist meine Lesart aber die ist genauso weit hergeholt wie eure ich ich versuche noch irgendwie eine andere Lesart da einfließen zu lassen denn wir haben hier auch ein Zusammentreffen mit Fleck aber also den Tic Tac Mann Fleck hat in den Stand seine komischen Lakaien um sich geschart dann hat er halt den hierher geholt okay mir recht das stört mich jetzt nicht dass er auftaucht aber ich glaube diese ganze Ost Geschichte könnte einfach nur einem es ist ja eigentlich nur eine Behauptung von Fleck dass dieser Palast in Ost steht weil er sich vielleicht diese Geschichte als Vorlage genommen hat er will das Kartett manipulieren und dieser Palast der besteht ja der wird ja beschrieben aus zwölf farbigen Streben sechs an dem Torflügel und ein 13 ist in der Mitte dieses Streben das könnte auch mit dem Balken in Verbindung gebracht werden und der Mitte dann der Turm dass er irgendwie zeigen will hier ihr braucht nicht weiter ihr könnt hier aber auch das ist nicht wirklich gut durchdacht weder von mir noch von King ich bin mir nicht ganz sicher wenn wir jetzt die Frage definieren oder die Theorie definieren der Turm ist überall weil der Turm ein Konzept als solches ist dann wäre der Punkt ihr könntet das an Ort und Stelle hier beenden Verstehst du wie ich Ja genau Interessante Idee es kann sein dass er diesen Zweifel damit sehen wollte ja vielleicht Andererseits wir hatten ja schon verschiedenste Türen im Laufe der Geschichte natürlich gerade in drei sehr präsent als Türen ich glaube dass dieser Palast auch so etwas sein könnte und dass diese Schwachstellen auch als Türen gesehen werden könnten und ich glaube dass das etwas ist das King überall in seiner Welt verteilt da kommen wir aber glaube ich in späteren Geschichten noch genauer zu ich möchte nämlich jetzt wenn ich jetzt diesen Gedanken weiter ausführe würde ich Sachen spoilern möchte naja gut merken wir uns das im Hinterkopf was ich noch glaube ich relevant finde ist diese ganze Sache mit dem Muttermord und hier ist die Frage Jonas du hast es glaube ich in der Inhaltszusammenfassung ein bisschen anders verstanden als ich du hast in der Inhaltszusammenfassung gesagt du glaubst er hat Gabriel also seine Mama umgebracht weil er glaubt sie steht noch unter dem Einfluss von Martin und von Rea ich hab das so verstanden als wusste er dass Mama theoretisch hier zu den Verschwörern gehört und so weiter und so fort hätte sie aber deswegen nicht erschossen sondern er hat sie erschossen weil er quasi Stadt Mama Rea dort gesehen hat Stimmt der Punkt war mir beim schreiben entfallen aber du hast recht aber er ist hingegangen um sie zur Rede zu stellen weil er dachte diese vergiftete Klinge wäre für sie gewesen naja ich mein also das ist ja das ist ja auch so hängt sie in der Verschwörung auf jeden Fall drin die Frage ist halt nur ob er sie aus Versehen erschossen hat oder in Wahrnehmung seiner Pflicht ne und da muss ich halt sagen auch dieser ganze Mutter wird ja da wird dann im Ende vom Turm noch mal relevant aber für mich hat er absolut keine Relevanz weder empfunden im Sinne von Roland auch hier Rolands Schmerz geht komplett an mir vorbei das geht mir genauso auch wie du schon gesagt hat bei der Susan Sache genauso wie hier es ist halt so das liegt womöglich daran dass wir Roland halt schon so lange als verbitterten alten Mann kennen dass wir überhaupt keine Verbindung mehr zu ihm haben aber oder King hat es einfach schlecht geschrieben ja da würde ich dir da würde ich dir recht geben Flo ich glaube auch man man merkt den Schmerz deswegen nicht weil Roland ihn auch nicht unbedingt zeigen würde im Normalfall Ja bin ich bei euch ich glaube aber tatsächlich es wäre hier sinnvoller gewesen hätte er sie nicht aus Versehen erschossen sondern wäre quasi die Geschichte so gelaufen wie Jonas sie in der Inhaltsangabe erzählt hat dass er geglaubt hat genauso wie bei dem Koch damals er muss sie jetzt in Erfüllung seiner Pflicht erschießen dass es eine bewusste Entscheidung gewesen wäre dann hätte das für mich wesentlich mehr Relevanz gehabt weil dann wäre es auch wieder ein absichtliches aktives Opfer auf dem Weg zum Ton gewesen so kann man es immer noch verstehen als aus diese ganze thematik dass wir jetzt den muttermord gezeigt haben auch dem rest des kartetts soll ja dafür sorgen oder sorgt ja auch bei wollen dafür ihr seht ja dass die ganze Argumentation nicht macht das wirklich einen Unterschied ob er sie umbringt weil er falsche Tatsachen vermutet nämlich dass sie noch unter irgendeinem Einfluss Teil eine Verschwörung ist oder ob er einer Illusion auf den Leim geht und glaubt dass es Reha wäre naja ich meine wenn ich jemand anderen erschieße ist das glaube ich schon ein Unterschied verstehst wie ich meine ich gebe mir Mühe aber Roland bleibt trotz dass er seine Mutter erschossen hat und dass er weiß dass er ja auch fehlgeleitet werden kann und Scheiß baut weiter auf dem Weg zum Turm das heißt er lässt sich auch von solchen Sachen nicht aufhalten ok den Punkt sehe ich auf jeden Fall aber für mich war das halt wirklich diese ganze Argumentation ja gut die Fehlbarkeit ja er macht es obwohl er fehlbar ist und ja ok ich glaube mit deiner Definition kann ich mich anschließen ja weil sonst haben wir ja diesen ganzen Konflikt immer um absichtliche Opfer gebaut er hat Jake absichtlich geopfert und aktiv zurückgelassen und so weiter und so fort also bis jetzt war immer nur etabiert er macht keine Fehler sondern er trifft absichtlich aktiv Entscheidungen die auf die Kosten anderer Leute gehen und hier war es halt ein versehen und das ist das was es für mich kompliziert macht ich sehe das versehen noch nicht es ist in beiden Fällen Pflichterfüllung entweder Pflichterfüllung weil er seiner Fantasie auf den Leim geht oder Pflichterfüllung weil er falsche Tatsachen voraussetzt rea erschießen ist Egoismus Mama erschießen ist Staatspflicht darüber muss ich nachdenken ja ich auch aber ich möchte noch mal kurz auf Rolans Gefühlsleben zurückkommen das ja eigentlich hier schon gar nicht mehr vorhanden ist kann man ja schon so sagen ich würde sagen das letzte große Aufbäumen war Susan und danach ist er so von der Suche nach dem Turm eingenommen dass er keine Gefühle und keine Nähe mehr zulässt deswegen das ist auch der Grund warum er in schwarz Jake ja erstmal sterben lässt ich würde sagen das Ganze taut erst langsam wieder auf in drei wenn er sein Kathett wiederfindet wie seht ihr das ne das finde ich schwierig weil kann ich auch wieder nicht drauf antworten ohne zu spoilern Flo naja okay verstehst du mein Problem ja ich du weißt was du meinst also wir lassen das einfach im Raum stehen ich will mich dazu nicht äußern ich habe dazu eine Meinung aber ich kann sie nicht äußern ohne weitere Teile zu spoilern aber Hendrian und Jonas ihr dürft ja weil ihr habt ja keine Ahnung also voller frei ich habe die Frage vergessen danke dass du es sagst egal lassen wir das einfach untertich fallen reden wir an einem anderen Zeitpunkt darüber ähm ja wir sind jetzt wieder auf dem weiteren Weg und damit ist das Ganze eigentlich auch durch habt ihr jetzt zum Inhalt noch irgendwas zu sagen oder soll ich auf die Symbolik gehen flieg mal los ich glaube das ist ein längerer Part äh nee tatsächlich gar nicht ähm also natürlich haben wir ja diese ganze Zauberer von Ostthematik das ist wie gesagt in meiner Lesart eher so eine so ein Anschlag auf die vierte Wand dass wir das da reinbringen äh es spielt halt eben mit Betrug glaub nicht was du siehst ähm und so weiter und so fort und glaub auch mir als Autor nicht was du liest wir haben hier bei Shimi eben wieder den den magischen Krüppel in gewisser Weise zumindest äh oder den den Joker im Universum der durch seine Behinderung zum Joker wird weil er für andere nicht einsehbar ist ähm wir spielen hier sehr viel wieder mit Zahlen wir haben 13 Kugeln wir haben 13 Stäbe wie gesagt in Kombination mit dem äh Turm und den Streben und so weiter weckt sich das auch wieder wir haben hier diese ganze Thematik mit Pferden die stehen für Freiheit für Wildheit bla ähm aber sowohl die Pferde als auch die Liebe die hier ja so ein bisschen kombiniert verwendet werden man kann beides sowohl als Waffe als auch als Werkzeug einsetzen ja und halt eben diesen ganzen Konflikt zwischen Freiheit freier Wille und Schicksal und bla was ich hübsch fand war dieses Verstoßungsritual mit Asche das ist halt tatsächlich ein gängiges Ding auch in unserer Mythologie Welt ähm der Shariu Baum den fand ich großartig ähm natürlich auch hier wieder sehr viel Naturglaube Seelenwanderung durch Feuer Reinigung der Seele durch Feuer ähm Buße durch Feuer die rot bemalten Hände natürlich als Kontrast zu dem Blut an den Händen das die anderen haben die dieses Opfer bringen interessant fand ich hier tatsächlich auch dass wir diesen Roman so ein bisschen aufgebaut haben wie klassisches Drama kann man wahrscheinlich auch drüber streiten aber es ist mir tatsächlich auch aufgefallen und diese ganze Sache mit den Mondphasen dass wir hier eben tatsächlich auch eine kalendarische Unaufhaltsamkeit haben wisst ihr was ich meine damit genau da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen ich bin fertig mit der Symbolik soweit ja ich gucke gerade ob ich eine Übersicht habe wie die Mondphasen alle sind also wir haben ja was weiß ich Kussmond Blutmond Dämon Mond Erntemond bla 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 das hat mir sehr gut gefallen weil das wie du schon sagst das gibt einem auch so ja so so ein Gefühl von dem Vergehen der Zeit das ist ja im Laufe der Geschichte hatten wir auch schon öfter eher ein bisschen wibbeli wobbeli also die Zeiten dass da was nicht stimmt wissen wir ja aber hier scheint die Welt noch so weit in Ordnung dass man es wirklich anhand dieser interessanten Mondphasen ablesen kann und das Relevante ist diese Mondphasen sind halt als Mondphasen auch zügig und da kommen wir wieder in diesen ganzen Kreislauf der verschiedenen KZ der Zwinner Thematiken genau all diese Dinge über die wir noch nicht reden dürfen genau dieses ja ich wenn ich mich nicht irre kommt da auch in ja der Titel sagt ja schon in Wolfsbund noch was drin vorher ich glaube da können wir ja dann näher drauf eingehen ja ansonsten ist halt hier noch drin eben dieser ganze Konflikt zwischen Stadtbevölkerung und Landbevölkerung es ist drin dieser ganze Konflikt bezüglich Technologie Technologie Feindlichkeit Demokratie versus Aristokratie und so weiter aber ich glaube das war es erstmal an Symbolik ja in diesem Zusammenhang könnte man sagen es ist vielleicht eine bisschen erwachsenere Auseinandersetzung mit diesem Thema als in die Augen des Drachen weil da haben wir dasselbe ja schon auch schon mal gehabt ja würde ich behaupten wollen gut wollen wir in die Querverbindungen gehen ich hätte auf jeden Fall das haben wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt die Augen des Drachen dadurch haben wir diese ganze Demokratiegeschichte eben mit Wörter mit Fennen und es wird in Augen des Drachen tatsächlich auch die Hexe Trianon die dunkle Hexe von Kos erwähnt sie sei auf einem Hexenbesen unterwegs wenn es draußen stürmt die Sargeber bezeichnen sich tatsächlich als Regulatoren ja nur Augen des Drachen wir haben natürlich auch Fleck ja genau Fleck selbstverständlich auch mit Distant es wird ja auch Abigail erwähnt und so weiter und so fort ja wir sind ja eine Welt von Distant also die Verbindung ist ja auch sehr offensichtlich genau und eben auch mit Jimmy als den Charakter wie er ist wie gesagt ist halt eine 1 zu 1 Entsprechung von Tom Cullen interessant eben wie gesagt aber ich weiß nicht ob die tatsächlich da ist fand ich diese Verbindung der Schwachstelle mit meiner Empfindung zu Lengolius und mit meiner Empfindung zu Desfloos aber das ist keine gesicherte Querverbindung die habe ich einfach so interpretiert es gibt auch noch weitere Verbindungen zum Beispiel zu Atlantis die möchte ich tatsächlich jetzt nur mal so nennen weil sonst würde ich da auch was spoilern genau und hier wird es halt jetzt kommen wir auf das Verschwörungsproblem merkt euch wie der Vater von Susis und wenn man das im Hinterkopf behält und den weiteren Verlauf der Geschichte kennt und den Kontext mit den Twinnern dann haben wir hier eine Querverbindung zu Schlaflos möglicherweise eventuell möglicherweise ja gut ansonsten natürlich wie gesagt alle Querverbindungen innerhalb des Trooms logischerweise brauchen wir nicht einzeln drauf eingehen ähm ja die Twinner Thematik die hatten wir im Talisman die hatten wir wo hatten wir die noch überall Regulators Desperation hier und halt auch später dann im Turm nochmal in einigen Hinsichten ne genau ja und über die Verbindung zu The Stand gibt es natürlich auch Verbindungen zu verschiedenen Kurzgeschichten zum Beispiel nächtlich Brandung genau richtig gut dann wäre ich an der Stelle damit durch wie sieht es denn hier mit Verwertungen aus wir haben ja schon die Comics erwähnt und ja wobei die Comics ähm nochmal was eigenständiges sind ich glaube da müssen wir auch irgendwann mal was drüber machen das aber also es gibt ein englisches und ein deutsches Hörbuch und ansonsten ja da es so verwoben ist gibt es ja zum Glück keinen Film nein es gibt keine weiteren Verwertungen hierzu okay gut ähm dann habt ihr denn für dieses Buch Zitate Hendrian oh ja sprich wenn die Lage schlimm genug wurde schien irgendwie immer jemand einen Strick zum Lündchen zu finden mhm Jonas ähm kein glücklicher Gedanke aber höchstwahrscheinlich ein wahrer ja der ist auch floh ich fange mal mit meinem längsten Zitat an ja wahre Liebe ist langweilig wie jede andere starke und süchtig machende Droge sobald die Geschichte von Begegnung und Entdeckung erzählt ist werden Küsse schnell schalen und Zärtlichkeiten ermüdend außer natürlich für diejenigen die sich küssen die zärtlich zueinander sind während jedes Geräusch und jede Farbe der Welt um sie herum tiefer und leuchtender zu werden scheint und wie bei jeder anderen starken Droge ist die wahre erste Liebe wirklich nur für diejenigen interessant die deren Gefangene geworden sind ich habe ein schönes Zitat von Katbert ich habe keine Meinung sagte Katbert strahlend nein überhaupt keine Meinung ist Politik und Politik ist ein Übel durch das mancher Mann gehängt wurde als er noch jung und hübsch war da ist viel äh weitere Männer sie konnte nicht verstehen weshalb so viele Frauen jene fürchteten hatten die Götter sie nicht so geschaffen dass der empfindlichste Teil ihrer Eingeweide einfach aus ihren Leibern heraushing wie ein falsch platziertes Stück Darm tritt sie dorthin und sie rollen sich zusammen wie die Schnecken liebkose sie dort und ihr Verstand schmilzt dahin das war Rhea ja ähm dann habe ich ich bin mir nicht sicher ob ich dein Vertrauen auch nur ein wenig mehr will als deine Liebe ich habe einen schönen Dialog vom Anfang des Buches ach hey leck mich am Arsch und fahr zum Himmel es gibt keinen Himmel darauf fiel Eddie keine passende Antwort ein dann habe ich hier ein sehr schönes über die Schwester des Bürgermeisters und das war eigentlich der Punkt wo ich mich ein bisschen in sie verliebt habe was für ein Jammer das sein wird sagte die Dame und seufzte ich könnte mich veranlasst sehen den Vögel persönlich anzuführen ich habe noch eins das verstehst du glaube ich sehr gut es folgte eine Woche mit Wetter bei dem sich die Leute für gewöhnlich nach dem Mittagessen wieder in die Betten verkochen lange Nickerchen hielten und sich benommen und verwirrt fühlten wenn sie wieder aufwachten ich habe eins reden kann zu denken führen und denken ist gefährlich für Jungs wie auch ich als würde man sich mit Patronen in den Nase bohren ja das ist schön und dann habe ich jetzt noch zwei kleine wo das waren tatsächlich die einzigen Momente wo der Patronus bei mir mal funktioniert hat so lagen sie vereint und so waren sie dem Verderben geweiht und der zweite dies ist Donnerschlag wo die Ohren rückwärts laufen und die Friedhilfe ihr Toten erbrechen gut gibt es noch Gänsehaut Nein ich glaube wir haben das jetzt so besprochen wie wir es ohne Spoilern besprechen können okay dann bleibt mir jetzt nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten und ich würde sagen Jonas fang du mal an ja ich hatte anderes erwartet aber ich hatte ziemlich Spaß an diesem Buch muss ich sagen hat mir gefallen es hatte teilweise Längen aber ja was du konfus fandest diese Schlachtszene fand ich eigentlich ziemlich gut auch dieses heranschleichen an diese Reiter die von hinten einzelnen abmurksen hat mich so ein bisschen an Karl Mai erinnert wo es ja auch quasi die guten fast immer mehr oder weniger besiegbar sind ja das hat Jugenderinnerung wachgerufen und zwar die von der guten Sorte deswegen gebe ich 17 Punkte okay Hendrion für mich war das irgendwie am Anfang fand ich es total cool und je länger ich das Buch weggelegt habe umso ja unorigineller und konfuser finde ich es ich finde das ist an vielen Stellen einfach eine Durcheinanderwürfelung von Herr der Ringe Motive und ja zu viel zu viel puzzle mäßig aneinander gestückelte Geschichten trotzdem Spaß hat es im großen und ganzen schon gemacht ich würde mal 15 Punkte geben ich würde mich dir tatsächlich anschließen unoriginell trifft es sehr gut es war für mich tatsächlich der schwächste Turm weil mir hier der Pathos stellenweise zu sehr fehlt es ist stellenweise für mich sehr langatmig und sehr kitschig das ist eben genau dieser Punkt es ist unoriginell für mich weil es eben nur Versatzstücke sind aber es ist halt trotzdem nicht schlecht es ist kein schlechtes Buch und ich muss auch sagen es hat mich beim zweiten Lesen mehr gefesselt als beim ersten Lesen und beim dritten Lesen dann wieder gar nicht mehr deswegen wie gesagt es ist ein Buch über das ich wahrscheinlich noch 25 mal lesen werde und 25 mal eine andere Meinung dazu haben werde aber ich einige mich mal auf stabile 10 von 19 Punkten und das letzte Wort hat Flo für mich sind das zwei Bücher ein kurzes das ich gerne länger hätte und ein langes das ich gerne kurz kürzer hätte aber dennoch machen sie beide schon Spaß es ist nicht das stärkste des dunklen Turms definitiv nicht aber ja ein bisschen unausgewogen trotzdem gebe ich 15 Punkte ok damit sind wir wieder mit einem weiteren Turmband durch und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig als euch zu verabschieden und nochmal kurz in die Hausmeisterei einzuschwenken ja Flo ja die große Frage wäre natürlich jetzt sollten wir als nächstes im Turm Wind besprechen aber wir gehen ja hier chronologisch vor denn tatsächlich hat King ja nach dem Abschluss des Turms noch ein weiteres Buch geschrieben das das so als Band 4,5 gilt sprich das setzt am Ende von Klaas an und ist auch ziemlich ähnlich aufgebaut wir werden es nicht als nächstes besprechen wir werden es wirklich erst dann machen wenn es drankommt werden wir also nicht als nächstes da bin ich bei dir aber ich würde schon sagen wir haben das immer so gemacht dass wir uns ansonsten hätten wir auch nach Shining Dr. Sleep sprechen können aber es sollte nicht unerwähnt bleiben dass gerade in Wind King ja auch noch mal diesen Aufbau der Geschichte sogar noch weiter treibt also es gibt eine Erzählung in einer Erzählung in einer Erzählung und wir auch noch mal in diese Vergangenheit von Roland zurückkehren und ich denke tatsächlich wir können uns vielleicht darauf einigen wir werden es chronologisch besprechen das heißt dann wann es dran ist aber wenn ihr unsere Bücher schon vorauslest würde ich euch vielleicht empfehlen Wind einfach jetzt zu lesen können wir uns vielleicht darauf einigen genau ja gut dann machen wir das so ja das war's von meiner Seite ich würde mich freuen wenn ihr in den nächsten Folgen wieder dabei seid das könnt ihr entweder als Hörer oder Hörerinnen aber ihr könnt auch einfach mitmachen dann brauchen wir nicht immer den Händlian belästigen wir belästigen den Händlian sehr gerne aber wir würden natürlich auch sehr gerne euch belästigen wenn ihr also mit uns podcasten wollt dann könnt ihr das gern tun schaut einfach an die Leseliste welche Bücher so demnächst dran sind und quatscht uns an das geht am besten und am einfachsten über Twitter und wenn ihr die Bücher nicht habt die ihr lesen wollt oder mit uns besprechen wollt dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid wir würden dann dafür sorgen dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid zum reinen aufnehmen braucht ihr nichts weiter wir brauchen bloß irgendwie Technik also ein Mikrofon und ein Handy oder Laptop oder was auch immer und wir nehmen bevorzugt über Teamspeak auf das ist aber auch kein Problem da können wir euch jederzeit mit den Zugangsdaten versorgen wenn es so weit ist ja was steht dann als nächstes so auf dem Programm ja das nächste Mal belästigen wir Hendrik wieder es sei denn wir finden noch jemanden der Lust hat mit uns Sarah zu besprechen wir kehren also wieder zurück nach Derry mit einem Buch an das ich nur noch wenig Erinnerungen habe aber ich glaube es war ganz gut ich hab das auch gut in Erinnerung also ich bin gespannt es ist auf jeden Fall eine Geistergeschichte ich mag Geistergeschichte ja dazu dann mehr in der nächsten Folge genau und bis dahin es war mir wie immer eine Ehre für euch zu senden lieber Hendrian es war toll dass du dabei warst hat viel Spaß gemacht vielen Dank Jonas es war wie immer wundervoll mit dir ja sehr gerne und Flo es war mir auch diesmal wieder eine Ehre mit dir über Bücher zu reden ja es war schön vielen Dank Dela in diesem Sinne wir hören uns lasst es euch gut gehen passt auf euch auf und seht zu dass ihr nicht von K hinweg geweht werdet ciao tschüss tschüss bis bald es gibt andere Podcasts als diese tschüss 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 tschüss